Sportlerkarriere geht in diesem Moment dem Ende entgegen. Wir sind Zeugen des letzten Laufes von Nenja mit der Ulla. Handzeit. Jawohl, der letzte Lauf von Nenja, fehlerfrei und ich brauche die Handzeit, bitte. 26,28 Sekunden. Aber den Refrain, den lassen wir noch. Haben wir noch? War noch Verweigerung? Den Refrain, den möchte ich schon noch hören. Dankeschön, Nenja. Schöne Jahre mit dir gehabt. Untertitelung des ZDF, 2020